Guten Abend. Jetzt ist es noch trocken und wechselnd bewölkt bei sehr lauen Temperaturen. Aber es dauert nicht lang. Bis zunächst vor allem über den Harz her Niederschläge reinziehen. In der 2. Nachthälfte verstärken sich diese. Dann zieht ein Gewitter komplex mit heftigem Starkregen, kleinem Hagel und auch Sturmböen, teils auch unwetterartig, über uns hinweg. Dabei können 20 bis 40 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit zusammenkommen. Lokal sind auch höhere Mengen innerhalb von weniger Stunden möglich. Morgen früh ziehen die intensiven Niederschläge nordwärts ab. Dahinter bleibt es vorübergehend meist trocken mit Auflockerungen, v.a. Richtung Anhalt-Wittenberg und der Saale-Unstrot-Region. Teils auch sonnig, aber nachmittags kommen von Niedersachsen und dem Harz her erneut schauerartige Regenfälle und lokale Gewitter auf. Dabei wird es nochmals schwül, warm bis heiß. Denn abseits der Niederschläge weht der Wind nur schwach bis mäßig. Gerade wenn Sie draußen unterwegs sind, bitte die Situation nicht unterschätzen und den Himmel sowie das Wetterradar im Auge behalten. In die neue Woche starten wir zwar deutlich ruhiger, aber noch immer wechselhaft und auch v.a. deutlich kühler. Tschüss und bis morgen. Sch summoned Sie die Wetterradar- und Jungmann. aff Templin. und